Grüß Gott, ich bin Bader Augustinus von Sankt Otinien. Liebe Schwestern und Brüder, unsere Kuppen Donnerstag Meditation von Sankt Otinien hat in dieser Fastenzeit 2022 vor. Wer betet und fastet mit, wer Zeit hat, jeder und jeder ist herzlich eingeladen, mitzubeten und mitzufasten. Kleine Schritten für den Frieden in der Ukraine, in der ganzen Welt und auch in uns. Beten Wir beten bzw. meditieren täglich 30 Minuten. Lass uns mutig bekennen, treuen Beten, völligen Glauben, bändende Lieben. Schenke uns einen Neuanfang und gib der Welt Frieden. Lasst uns der Kraft des Gebets vertrauen und nicht nachlassen. Fasten Fasten Verzicht auf wenig Speisen und Getränken wie Fleisch und Wein oder auf Medien. Ein Tag in der Woche Durch Fasten rufen wir auf zum neuen Bewusstsein der Vernunft und der Gewaltlosigkeit auf. Gewaltlosigkeit ist Weg zu Gott, zur Wahrheit und zum Frieden. Ohne Gott keine Frieden und kein Glück. Ich freue mich, dass sie dabei sind und dass du dabei bist. Gott, du hast Gedanken des Friedens und willst uns Zukunft und Hoffnung geben. So sagt es die Bibel, Selemia 29,11 Wir bitten dich, pflanze deine Gedanken des Friedens ein in die Köpfe der Mächtigen, in die Herzen derer, die weiter um Frieden verhandeln. Und einfach in alle Menschen und schenke Hoffnung und Zukunft und auch einen Kladenverstand, damit die Waffen wieder beschweigen, damit Frieden werde und sich ausbreitet. Dort, in der Ukraine, hier bei uns und überall in der Welt. Amen. Frieden 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 Frieden, der dich atmen lässt Tief, wo du die Tiefe brauchst Weit, wo du die Tiefe brauchst Weit, wo dir die Weite fehlt Frieden 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 Frieden, der dich lieben lässt Frieden 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 Amen. 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 Amen.